Du möchtest eine Langzeitbelichtung beim Fotografieren erstellen, hast aber keine ND-Filter dabei, auch wenn du die Blende schließt, reicht das nicht aus, um die Verschlusszeit lang genug zu bekommen, dann gibt es noch eine Möglichkeit, das Ganze in Photoshop nachträglich zu machen. Ist zwar ein bisschen fake, aber ich zeige dir so einen kleinen Workaround, wie du in Photoshop tatsächlich noch eine Langzeitbelichtung erstellen kannst. Dabei ganz viel Spaß und ich möchte natürlich auf meinen Adventskalender hinweisen, denn heute gibt es zwei von diesen Büchern zu gewinnen, wo ich selber mitgearbeitet habe, Fotografieren in der Stadt vom Rheinwerk Verlag und hier geht es darum, dass man tatsächlich lernt, in der Stadt zu fotografieren, auf ganz viele unterschiedliche Weisen und da sind viele verschiedene Autoren mit dabei, die dir ganz viele Projekte in diesem Buch zeigen. Lohnt sich also auf jeden Fall mitzumachen. Einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken, da kannst du zum Adventskalender kommen, da musst du dich einfach nur einmal mit deiner E-Mail eintragen und dann bist du automatisch bei allen 24 Tagen mit in der Verlosung mit dabei. Ich wünsche dir ganz viel Glück dabei und ich hoffe, dass wir uns jetzt gleich im Video wiedersehen. Viel Spaß! Für die Fake-Langzeitbelichtung habe ich mir jetzt hier mal folgende Bilder rausgesucht und zwar aus Chile in Patagonien, genauer gesagt. Da habe ich mir jetzt hier mal insgesamt sind das 4, 5, 6, 7, 8 Bilder mit einer kurzen Verschlusszeit, also man sieht es ja hier oben, ich hatte eine Verschlusszeit von 0,8 Sekunden. Das ist jetzt nicht super lang und da habe ich jetzt einfach mal mehrere Bilder hintereinander gemacht und du siehst auch schon, wie die Wolken hier immer schön weitergezogen sind. Jetzt haben wir noch ein kleines Problem, man sieht es hier gerade an dem letzten Bild, da habe ich nämlich dann doch mal die Verschlusszeit so ein bisschen verändert und dadurch ist das ganze Bild ein bisschen heller geworden. Das ist jetzt das Erste, was wir machen müssen. Wir müssen also die Helligkeiten von allen Bildern hier entsprechend angleichen. Das kann man auch ganz einfach in Lightroom machen. Nehme ich jetzt hier einfach mal das erste Bild anwählen und mit gerückter Shift-Taste das letzte Bild, dann wähle ich nämlich alle an. Jetzt hier oben einmal auf entwickeln und dann kann ich hier oben einfach nur auf Einstellungen gehen und dann Belichtungen angleichen. Dann wird Lightroom hier nämlich automatisch alle Belichtungen genau gleich machen. Du siehst jetzt hier in den unteren Bildern, in den Vorschaubildern, dass das hier auch wirklich passiert ist. Also auch wenn ich jetzt das letzte Bild hier anklicke, dann sieht man, dass hier überall die Belichtung gleich ist. Und man sieht es auch jetzt hier in der Einstellung von der Belichtung, minus 0,37. Ja, wenn ich jetzt hier mal weitergehe, minus 0,61. Jetzt ist es wieder bei 0. Also da wurde überall die Belichtung so ein bisschen angeglichen. Perfekt. Jetzt habe ich diese ganzen Bilder angewählt, mache einen Rechtsklick hier drauf und sage einmal bearbeiten und dann in Photoshop als Ebenen öffnen. Jetzt hat Photoshop hier alle Bilder als Ebenen geöffnet. Und das Wichtigste jetzt zuerst, wir müssen als erstes mal alle Bilder wirklich pixelgenau übereinander legen, beziehungsweise alle Ebenen. Das ist bei mir eigentlich der Fall, aber zur Sicherheit mache ich das auch nochmal. Das heißt, ich habe jetzt hier alle Ebenen einmal mit gerückter Shift-Taste wieder angewählt, gehe jetzt hier einmal auf bearbeiten und dann Ebenen automatisch ausrichten. Das Ganze lasse ich hier einfach auf Auto stehen, klicke einmal auf OK. Photoshop rechnet kurz einmal aus, ob das jetzt hier alles vernünftig ist. Und dann haben wir gleich alle acht Fotos als Ebenen wirklich pixelgenau übereinander gelegt, sodass sich da auch wirklich nichts mehr verschiebt, keine Halo-Effekte entstehen und so weiter. Jetzt werde ich mir mal die oberste Ebene hier noch einfach einmal kopieren, damit wir ein Referenzbild am Ende haben, ein Vorher-Nachher quasi. Das werde ich jetzt hier mal ausblenden und die restlichen acht Ebenen, die werde ich wieder mit gedrückter Shift-Taste alle anwählen. Und jetzt passiert folgendes, ich klicke einmal mit einem Rechtsklick hier rein, sage in Smart-Objekt konvertieren. Jetzt werde ich alle diese acht Ebenen quasi in ein Smart-Objekt packen und mit dem können wir dann am Ende weiterarbeiten. Das dauert wieder einen kurzen Moment, weil acht große RAW-Dateien dauert natürlich ein bisschen, bis Photoshop das alles verarbeitet hat. Aber dann haben wir im Endeffekt nur noch eine Ebene, das ist dann das Smart-Objekt. Und mit diesem Smart-Objekt können wir dann gleich die entsprechende Berechnung machen. Hier ist dieses Smart-Objekt, das sieht man jetzt hier auch sehr schön an diesem kleinen Icon hier unten. Und wenn ich jetzt hier einmal auf Ebene gehe, Smart-Objekte und dann in den Stapel-Modus und jetzt gibt es hier mehrere Sachen, die ich verwenden kann. Hier gibt es zum Beispiel Bereich, Entropie, Maximum, Median und so weiter. Und ich werde jetzt hier als erstes mal versuchen, das Ganze mit dem Mittelwert zu machen. Da kann man einfach mal so ein bisschen herumexperimentieren, was einem dann von den Berechnungen her am besten gefällt. Da stehen verschiedene mathematische Berechnungen einfach dahinter, die ich jetzt tatsächlich auch nicht einfach so alle erklären kann. Deswegen empfehle ich dir einfach, das Ganze mal so ein bisschen durchzuprobieren, was bei deinem Bild dann tatsächlich am besten funktioniert. Und hier ist das Ergebnis. Hier haben wir unsere Fake-Langzeitbelichtung. Sie sieht nicht optimal hier oben im Himmel aus, das muss man ganz klar sagen. Also da sieht man, ja, so leichte Verschiebungen. Hier unten im Wasser gefällt es mir allerdings sehr, sehr gut. Wenn man das jetzt mal vergleicht, vorher, nachher, ja, das ist gut geworden. Allerdings hier, wie gesagt, oben im Himmel, da gefällt es mir nicht so sehr. Da könnte man jetzt nochmal probieren, ob man eine andere Berechnung quasi zugrunde legt. Da gehe ich jetzt hier nochmal auf Ebene, Smart-Objekte, Stapel-Modus und nehme dann zum Beispiel mal Median. Sieht auch ganz gut aus, gefällt mir fast ein bisschen besser. Wie gesagt, hier oben in den Wolken müsste man jetzt noch eine kleine Anpassung machen, dass wir hier nicht so viele Wiederholungen drin haben. Aber hier unten in dem Bild gefällt es mir richtig gut. Also, falls du mal keine Langzeitbelichtung direkt fotografisch lösen kannst, weil du deinen ND-Filter zum Beispiel vergessen hast, dann einfach mehrere Bilder machen und die dann am Ende in Photoshop per Smart-Objekt und dieser mathematischen Berechnung zu einer Fake-Langzeitbelichtung machen. Funktioniert, wie gesagt, am Ende auch ganz gut. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und hier nochmal die kleine Erinnerung an meinen Adventskalender. Denn jeden Tag gibt es tolle Verlosungen aktuell auf meiner Webseite. Du musst einfach nur mit deiner E-Mail dich einmal eintragen, dann bist du automatisch in jeder Verlosung mit dabei. Heute gibt es, wie gesagt, zweimal das Buch Fotografieren in der Stadt zu gewinnen vom Rheinwerk Verlag mit mir als Autor. Ich freue mich, wenn du mitmachst. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass du dem Video einen Daumen nach oben gibst und natürlich auch den Kanal abonnierst. Denn hier wird es jetzt in der Weihnachtszeit jeden Tag ein Video geben. Also, bleib auf jeden Fall dran und wir sehen uns morgen wieder. Und dann bin ich auf jeden Fall dran und wir sehen uns morgen wieder.